Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge GTA 5 im Online-Modus mit Mamoshino, Juli, Kapuze, Krebs, Kunder, Merchweiß, Sachsen, Liquid, Early, Flock, Payne, Alex, Items. Und wir spielen heute eine Mischung aus Stunt Racers und normalen Rennen. Also es ist alles Mögliche dabei. Hallo! Julie, hi! Hi! Early hat das falsche Auto. Ich bin mit Absicht nicht gefahren. Hallo, hallo, was machst du? Der geht nur zu viel. Weißt du, wer war denn Depp hier schon mal vorhin? Sorry, Sachse, das war nicht Absicht. Oh, 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 oh. Komplettes Chaos heute. Ich fick' ich. Kuhn dran! Es wird wieder Gerage gegeben. Ah, Crash! Danke. Danke. Ich hab' abgekommt! Ey! Du bist ja so ein... Ah, guter Verdienst. Oh, oh, da kommt welches. Vielleicht darf ich nicht mehr reden. Wobei, ja jetzt hier ist sowieso komisch. Du, du bist Sau, wer war das? Ja... Digo hat was verbrochen, gell? Ich hab doch was gesehen. Wer war der schwule Gelbe? Ohne Scheiß. Was hast du gegen Schwule? Nichts nur den Gelbe, ey. Ist halt sehr fleißig, ist die Gelbe. Ich kack, weil ich die falsche Karate ist langsamer als hier. Warum nimmst du nicht? Ja, hör halt zu, Early. Ich hab' aber nicht auf Bestätigung gedrückt. Der war witzig. Ja, warum das denn nicht gemacht getuten hast, du tust? Oh, gut das Deutsch. Liquid, verpiss dich! Ich mach' gar nix. Nee, stopp, wer war das denn? War Weiß. Das war jetzt Liquid. Warum ist mein Auto so langsam? Was soll denn? Ja, ja, ich seh' schon. Da kommen Payne und Kundran, ey. Die Hausmäude. Lebt den da, du meine Zange, da vorne. Liquid, wer ist das da hinten? Der Weiße? Bei dem Slip rechts. Oh Gott, das gibt Chaos. Weiß, keine Ahnung. Vorne fahren die Sportwagenfarben. Oh nein, oh nein! Ah, was ist das runter? Ah, voll daneben, ey. Er ist echt stumpf da runtergefallen. Crapchi, du auch. Crapchi, warst du das vorhin? Nein, ich war gar nicht. Alter. Aber Payne ist runtergefallen. Aber Payne ist runtergefallen. Er hat seinen Wagen abgewürgt. Nein. Das hätt' ich jetzt nicht erwartet. Ich war das nicht. Hier fällt noch ein anderer. Ich hab' dich geflippt und bin gestorben. Jetzt kommt mein Auto hin. Ja, ja, das kennen wir schon da, du hier. Ich streng dich einfach vorne auf der Rampe, damit du mich rüberschubst. Nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder. Maru, du dich überrundet. Ja. Du Gauner. Hey, hey. Erste Runde gehört dir. Ihr dem Blauen wieder. Tschüss Dalu. Alter, das ist klar. Ich weise wer der Gelbe hier ist. Er hat mich rausgekacken. Ich verakel. Oh Gott, oh Gott! Entschuldigung, Entschuldigung! Huch? Das war kein Platz, diese Entschuldigung. Das gäbe wäre gelb. Aber die Skiego war's. Aber weniger Platz. So, k chaque Eu, mein Auto von hinten an, ey. Oh Gott. Oh Gott! What the fuck? Warum bin ich so mega-strange aus dem... Ich hab's nicht gelenkt und ich bin auf einmal fast verletzt. Hab ich den Checkpoint? Du hast den bekommen. Moment, warum? Ich weiß, wie du das gut machen kannst. Einhorn. Hey, warum? Wieso bin ich dritter? Wie er glistert. Irgendjemand ist aus dem Lupin geflogen, Dalu. Müsste Items gewesen sein. Ich bin rausgeflogen, weil ich abkürzen wollte. Ich hab die Abkürzung genommen. Ich bin einfach so rausgeflogen. Bei dieser langen Gerade bin ich auch auf einmal schreck geworden. Obwohl ich den Stick nicht mehr benutzt habe. Nee, das ist hier komisch. Schwule bist du, ich fahre aus der Elbe Auto. Aber ist strange. Ich bin vor allem schwulgelb. Doch! Dalu, was ist hier immer kaputt? Ich bin wieder hier rausgeflogen. Oh, ich auch. Sorry, man. Ich wollte Dalu Platz lassen. Ich hätte da nicht raushandelt. Das hat mir so viel Zeit gekostet. Achtung! Hier fährt McFly. Das ist ziemlich weit hinten. Ruhe auf den belegten Plätzen. Nach deinen eigenen Regeln darfst du nicht reden. Wie viele Runden haben wir denn eingeführt? Drei, ne? Ich glaube, drei. Oh! 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 Natürlich hat Erlich mich erwischt. Da gab's einen Fall. Oh, kannst du mal die Scheiße von der Strecke rollen? Ich hab' dich gerettet, oder? Nein! Oh! Wer lässt denn da seine Scheiße auf der Strecke liegen? Erli! Man, Erli! 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 Erli, kannst du bitte schon mal vorsorglich demnächst Y drücken? Hat einer übrigens heute Payne schon gehört? Nö! Er hat sich auch nicht bestört, dass ich grad gerammt habe. Er hat grad high gesagt. Ja, das hab ich gehört. Ich hab ihn grad ins TS gezuckt, ey. Macht sein Abi noch! Ja, guck mal, ich krieg dich noch! Pass mal auf da vorne! Was? Ich möchte nicht schon schwul in gelbe Boot werden. Pass auf da vorne! Absolut richtig, Kunter! Gelb ist das neue Schwul, oder was? Ja, absolut richtig! Ja, genau! Total strange! Nope! Die ist kaputt! Sag mal, ja! Gelb war schuld! Was ist kaputt? Die eine, der eine Lupin ist. Was ist kaputt? Gar nichts kaputt! Ich ärgere Erli! Als ob der kaputt ist! Oh! Was war das denn? Der Rude! Der Rude! Der Rude! Mein Foto ist aus! Hallo! Der Teufel! Ich hab einen schönen Schwischenmarkt! Das Achter ist mit dem Motor gefühlt aus Liquid, also macht dir nix! Ich bin aber nur blaus! Ja, dann macht er nix! Was ist denn mit dem Rache für die erste Runde? Mit einem Windschatten! Was haben wir denn in der erste Runde gemacht? Auf der Ziellinie! Hallo! Du bist geräumt! Bei dem ist das auch so rausgetrieben worden, wie gesagt, bei dem Looping. Halt uns hin! Ja, ich bin rausgetrieben, weil ich rausgetrieben war! Aber wer fährt denn so weit vorne weg? Liquid! Ist aber... Es ist nicht so weit! Es ist nicht weit! Mein Motor ist gefühlt aus... Mayroof! Mein Boy! Oh, ich hab doch nichts mit dem... Ich bin gerade bei der geraten, könnte mich nicht rausgeflogen oder so! Ja, du bist in einer anderen Welt! So, jetzt bin ich... Irgendwann hab ich! Oh, da vorne flog! Ah! Entschuldigung! Ey, was soll ich? Wird angegriffen! Nö, was? Nö, was? So! Da, Arli! Davon ist doch Arli! Komm, der Armini! Den holen wir! Den schnabulieren wir! Ihr habt uns auf dem Bargelenkst! Vergessen die letzte Session, wo ich dabei war! Was soll das? Was? Hier bleibe ich stehen, Arli! Das ist ein Versprechen an die Zuschauer! Hey, Arli! Du fährst gefährlich! Der ist der Nächste, der rausfliegt! Nein, alle sind noch recycelt worden wegen Datenkreis! Was? Der ist wegen dir recycelt worden! Der ist wegen dir recycelt worden! 100 pro! Du bist so reingebreddert in mich! Aber es langt! Es langt! Es langt! Die ganze dritte Runde! Danke, Liquid! Das ist Money for me! Was? Money for me! Ja, Alex! Das würde ich mir nicht gefallen lassen! Von einem! Flogge! Nichts! Ja, mir ist es doch gleich! Flogge! Ich zeige euch eure Liste! Ihr steht doch von vornherein auf meiner! Flogge! Nein, wehe, wehe, wehe! Nein! Hey! Hey! Flogge! Flogge! Ja! Wer fällt noch? Flogge! Ich bin zu auf Leuten ausgewichen! Ich bin schwulen gelber! Ausgewichen! Nicht ausgewichen! Das ist super schwan! Draufhalten! So wie ich in der letzten Kurve! Ich hab Items so krass gerammt, dass der Alex aus der Bahn erhebt! Und Items kam selber nicht mehr weg! Ich war 6er geworden! Ich dachte, du bist ne Ento kein Huhn! Ja, sag mir das Anthony-Mod! Klub, sage nicht! 14. Ja! Ja! Das geht relativ schnell, wie das aussieht! Ja, aber das mit den Mods hat leider nicht geholfen! Schau wieder ab! Kapuze, letztens hast du die Frage gestellt, warum es mittlerweile in Mode kommt, warum dieser Eistrich, also dieser am Auge... Eistrich! Der Eistrich! Der Eistrich! Der Eistrich! Ich weiß doch nicht, was du anwaltest! Ey, willst du mal mein Eistrichs sehen? Was? Ist das geil, ey! Der Eistrich! Und du wolltest in der nächsten Session die Frage beantwortet wissen und mich interessiert mittlerweile auch! Also, wir sind neidisch, dass wir keine Mustache haben können, deswegen malen wir uns den aufs Auge! Wuhuu! Wuhuu! Das ist ne geile Antwort! Das ist ne geile Antwort! Das ist super! Das ist super! Können wir einfach weiterfahren, bitte? Und dann lassen wir dich schliegen! Okay, Shigo ist gleich jetzt wieder dabei! Okay, Urli, welches Auto? Such dir Gutes bitte aus! Komm, Urli! Komm, Urli, sag! Nehm, den Karuma gepanzert! Nehm den Omis! Hat er gesagt! Wo ist der? Kuma heißt er! Nicht Karuma! Gepanzert! Akuma! Akuna Matata! Bei jeder Berührung... Welcher jetzt? Kuma gepanzert! Akupanzert! Akupanzert auch noch! Na gut! Wir müssen ja sicher sein vor Urli! Da gab es echt coolere Autos! Ja! Das Ding, ne? Er fährt 20 kmh! Ja! Reicht auch! Wie gesagt, ihn fliegt halt instant weg! Der ist gepanzert und hat einen Mofa-Motor! Ich hab eure heutige Folge gesehen! Das Ding ist echt scheiße, oder? Ja! Das Ding ist super! Das ist das einzige Auto, mit dem ich fahren kann! Und weil ich es jetzt gesagt habe, werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit... Sehen euch! Das ist trocken! Gittings! Alle in die E.O. E.O. Ich hab Kack Braun eingestellt! Oh, ich bin ganz hinten! Oh, ich bin ganz hinten! Achso! Ich bin auszusehen gelb! Alter! Eins drauf, was? Ziemlich schneller! Ich will auch gelb sein! Frag es! Die Schwulen gelben! Nicht wieder! Panna! Wow! Oh! 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 Sollen in dieہ! Oh! Oh! Weis! Geht schlimmer! Alle auf fliegenden Berg! Ja, aber das ging voll klar irgendwie! Alles hoch! Nicht das schon richtig sein! Komm! Danke schön! Ich weiß nicht mal, wenn ihr nehmlich steht! Ja... Oh, okay! Hat das denn gesehen? Achtung, damit es ein Ecken sachs. Richtig schön! Da wird es ein Ecken sachs! Okay! Oh, das ist ein Kaka-Auto, oh mein Gott. Ach, hier. Das hab ich auch schon überlegt. Ich wurde weggeboxt. Kapuze, fahr! Wart doch, drei von beiden. Super. Rückwärts. Rechtsrum. Wir müssen rechtsrum. Scheiß Bus. Was? Nicht einfach rüberklettern. Kapuze, pass auf, da kommt einer von links. Ja, warte. Ich muss mal eben hier den Wechsel reinrammeln. Oh, du kommst auch voran, ne? Hör auf wie der letzter Mann. Soll ich den Items, ne? So, ich könnte den Handeln schon wieder angehalten. Fahr kaputt sein. Nee, wir sind hier auf der Strecke halten. Oh, ey, den hast du aber auch schön mitgenommen. Der wollte dich angreifen. Oh Gott, ey. Boah, ich hab den mega mitgenommen einfach. Oh, ich glaub, der ist tot. Blocken. Ja, klar, aber läuft. Ich glaub, Early ist grad eingeschlafen beim Fahren. Der ist einfach geradeaus weitergefahren. Oh! Ich mach nicht. Mach du doch keinen Quatsch. Das ist super schwer zu überholen, ne? Wegen der Quatsch. Bedo bist nicht bei uns in der Nähe. Ich seh, was du da tust. Was ist das? Der Berg? Ich muss das. Oh, scheiße. Alter, ey. Alter, ey. Oh, oh. Oh, oh. Alter, was ist denn das für ein Scheiß hier? Wie? Aber nur nicht. Lol. Super da, du. Oh, Motorrad, Alter. Wir haben fast nicht gesehen. Alle drei haben den Wagen geraten. Lol. Oh, und der lebt immer noch. Alter, hier hinten kannst du nicht fahren, weil überall links... Hier flog im Motorrad. Nein! Lass! Oh! Oh, ich hab... Oh, ich brauch deinen Windschatten. Pass auf, Fußgänger! Ich glaub, das war der Motorradfahrer. Kann das sein? Ja, das war der Motorradfahrer. Ich hab dem den Arm abgehackt, gerade. Oh! Oh, der Arm ist... Hey! Hallo, Maxi! Hallo, Maru! Was aber hier vorne... Was an der Strecke gut ist, ist, dass es einfach keine Autobahn ist, wo die Autos doch so random wechseln. Maxi! Ja, das stimmt. Oh Gott! Hallo! Wuuuh! Du kannst so eng an denen vorbei, ohne, dass die einfach irgendwie schnell rüber springen oder so. Oh! 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 Oh Gott! Oh! Ja. Oh! Oh! Das Auto ist so schrecklich zu fahren. Aber man kann hier so viel Zeit rausholen, wenn man schafft, eine perfekte Runde zu fahren. Nein! Ja, nicht wenn die alle das rammen. Fahr doch! Aaaaaaah! Kurz ran! Fahr jetzt! Bin doch dabei! Ramme ich da jetzt nicht in die Ecke rein! Hallo, Arhu! Nein, nein, mach ich nicht. Nein! Oh! Aber die Ecke schön mitleben. Nicht in die Ecke rein! Ich hab... Nein, das war items. Das war ich nicht. Hallo? Was? Was, ey? Alter, sind die behindert! Ja! Die können alle... Die können... Nein, die können alle nicht fahren. Oh, echt jetzt! Ich freu's mit Tastatur, ey. Was? Uah! Ja, das geht nur mit dem Auto. Oh, 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 shit! Das Auto ist schon ziemlich sicher. Also... Wenn du nicht... Das Auto jetzt echt fährt sich das ganze... Ich finde mehr gut, als wird das fährt sich echt gut. Ah, der Buh! Uah, Konrad! Ich hab'n Buskel. Was machst du denn? Danke! Bitte! Ich kann das Ding fährt sich echt gut. Oh, Mann! Hallo, Shigo! Lass mich doch ausparken, Mensch! Das dauert! Wo ich bin... Ja? Genau hinter dir! Ja, das mein' ich! Die sind gleich der Wunschwächse! So schnell gewesen! Nao! Kaput schlägt wie bei einem Film, Alter! Mach die Lufts mal nach! Ich hau mich jetzt raus, ey! Ich mach die Lufts mal nach! Ich hau mich jetzt raus, ey! Ja, wenn du das machst! Ich freu dich! Ich freu dich! Ich wär gut für dich, auch! Ja, der Gunnar hat auch kaput! Kaput sie nicht den Rückspiegel! Das ist das Letzte überhaupt. Du brauchst mit ihm nicht reden. Ich bin hier auf Platz 8 gelandet. Was darf passieren? Weil Items mich weggeschossen hat und selbst sein Auto nicht kontrollieren konnte. Alter, ich bin auf der Strecke hier so langsam. Wenn du ihm das sagst, dann hast du ihm das gerammt. Aber du kannst ja wenigstens der faire Fahrer fahren. Ja, genau. Rache ist nur was für Modos. Fahr weiter, wir holen die uns. Maxi, get him. Oh Gott, die kommen wir alle. Wow, ich habe gerade ein Stoppschild überfahren. Oh ne, das gibt einen Punkt. Das gibt eine Anzeige, Anzeige ist raus. Fuck, mein erster Fehler. Hallo, wer sieht mich da? Mein erster Fehler. Einer hat dich in mich gerammt. Okay, Alex. Okay, hast du? Alex ist der Böse. Maru rampt nie mit Absicht. Doch, der hat mich gerammt gerade. Nein, ich wurde von Items hinten reingefahren. Hallo, das ist gar nicht wahr. Wo kommt denn der hin? Nein, nein, nein. Alter. Ich bin's immer irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wie die immer am Heulen sind hier in den Autos. Ist doch gar nichts passiert. Das sind die Erbschuld-Items. Alter, das ist gerade voll geil hier. Nein, kommt ein Auto. Please, fäh dich um. Schigo, ich bin's. Schigo, ich bin's. Schigo, ich bin's. Ich komm von rechts. Ich komm von rechts. Schigo, ich bring dich um. Hey! Ich hab Flocke gesprochen. Hey! Hey! Was? Was ist denn? Nix. Ich verwechsel gerade eure Stimmen, Alter. Alter, es ist ja ein Auto. Ach, die Scheiße. Ach, die Flocke. Ja, ich kratze jetzt nicht mehr beim Schreien. Ah, Checkpoint verpasste. Ich glaub's nicht. Ich hab' den gerade überholt. Wer hat sich denn da zurückgesetzt? Und ich? Krabs! Fahr rechts! Oh! Ich hab' den Checkpoint verpasst, weil... Krabs auf! Nichts! Du fährst in mich wollen! Das stimmt gar nicht. Du lässt... Lässt war... Ach, denn und da hab' ich wieder... Npvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. Ich hab' den PC-Fahrer, die einfach nicht links und rechts schauen können. Ja, das hatt ich eben auch schon. Die einfach bei der grünen Ablös fahren. Gibt's hier einen links vor rechts eigentlich bei dem Spiel? Nee, ne? Timo, fahrs ist vor rechts. Sorry, sorry, sorry! Oh Gott! Ja, ich hab's gesehen! Ich konnte die auch nicht mehr ausreichen! Oh, da war's dran, ich hab's genau gesehen. Das heißt, rechts vor links und hier links vor rechts. Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich muss mir mal ein Auto ausweichen. Haha, es geschieht eine Rechte, du Arsche! Gib die ganze Zeit an, ist okay? Nein! Ich fall' runter. Oh, links, 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 rechts, 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 rechts. Ah, Koffe, Koffe, Koffe! Ja, das mit der Kurve war's drü- Oh, andere Kurve! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wie ich jetzt einfach wieder 10-ter bin! Alter, biegt der hier einfach ab! Bieg der hier einfach ab! Ich glaub, das war eine Sau. Leid im... Da schütt der Asi einfach den armen Motorradfahrer vor mich, äh. Der nimmt ja voll den Kopf abgenommen, äh. Man muss ja alles nutzen, ja, wenn man schon... Uah! Oh Gott! Ja, das... Das ist okay. Das ist okay. Weil du so dicht vor mir fährst, kann ich teilweise nicht sehen, wo du Autos sind. Ach, komm schon, Autos! Das heißt, die müssen letzte Sekunde ausweichen. Ja, da fahre ich wahrscheinlich voll gegen. Oh Gott! Aber zu überholen ist hier echt schwierig, wenn die ganze Zeit gegen mich herkommt. Da hätte es schief gehen können. Oh, wie so drei Runden. Oh Gott, ey. Das war Katastrophe. Ich kann nicht mehr. Das war Katastrophe. Gott, das Drop. Katastrophe. Katastrophe. Da ist noch jung. Da hab ich extra kurz gewartet, weil sonst hätte ich dich gehabt. Obwohl diese Schnellstraße ja ganz nice ist, wenn es hier runter geht, so kaum mit Kurven. Ja, das... Das find ich okay. Ich wollte grad sagen, es gibt ein ganz langes Stück, da kannst du einfach Gas geben. Ja, hier ist schön. Das ist okay. Das mit dem Motorradfahrer doch geil. Ja, das hat dir im Endeffekt nicht für mehr Abstand gezeugt. Ach, doch NPC, ey. Nur da war meine Chance, wenn ich nicht springe und du anfängst zu rutschen, dann wärst du dabei gekommen. Oh Gott. Oh nein. Aber wenn du da eigentlich nicht mehr lenkst, kommst du da locker quer drüber. Da hol dich nicht mehr. Oh nein. What the fuck machen die NPCs auf einmal? Wir haben keine Ahnung, aber... Das Ende war interessant. Ich fand das super geil, so ganz knapp zwischen den Autos so direkt hinterher zu fahren oder vor dir zu fahren. Ja, immer links, rechts, das auszuweichen. Oh Gott. Das war schon cool. Aber du hattest schon ziemlich gezogen mit dem Auto. Konzentration! Oh. Wie weit ist denn das noch? Oh nein, das ist viel zu weit scheiße. Du bist in Runde 1 momentan. Ja, genau. Ich bin doch eigentlich ganz wunderbar gefahren. Da ist der Sack! Oh nein, wegen dem Sack schaff ich's nicht mehr. Ach, Mann. Weg davon. Alles scheiße. Wegen Items bin ich nicht so... Ja, ich auch. Ja, voll! Hallo? Zweimal wegen Items. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ja, filmen wir's doch alle auf mich. You're loco. You're loco. Ich hab grad am Start fast A gedrückt zum Gas geben. Das ist echt scheiße. Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schaut bei anderen vorbei. Wir sehen uns im nächsten Rennen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.